Moin Pius, ich grüße euch zu diesem neuen Video. So Funke, Böller wie damals heißt es immer, das will ich jetzt mal testen. Wir haben hier die Veko Corsair, ich würde mal sagen aus den 90ern so ungefähr geschätzt und einen 5 bis 6 Jahre alten Funke Böller. Auch schon ein bisschen ranzig. Mal sehen wer das Rennen macht. Ich glaube Funke wird schon nix toppen. Mal schauen. Ach Gott, aber schnipselt. Der Knall war extrem leise vorbei. Guckt euch die Wandlung an. Guckt euch die Wandlung an. Guckt euch die Wandlung an. Der war wieder ein Schweresieb. Mal schauen, stellen wir nochmal hin. Guckt euch die Wandlung an. Guckt euch die Wandlung an. Also geil sind die echt beide. Aber Funke? Ja, bei Funke sind halt alle geil. Aber trotzdem waren die nicht schlecht. Also nicht zu vergleichen mit den Rotz von heute. Echt coole Dinger. Dann bis zum nächsten Mal Büros. Haut rein. Wir haben es aber gut gemacht hier. Tschüss. Wir haben uns überlegen, wenn ihr euch auch schon wieder gut gemacht. Tschüss. Tschüss. Buh, 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 Buh.